Ach, ich hätte gar nicht auf Kahn warten müssen. Das war irgendwie klar, als ob du auf mich gewartet hast. Ich hab auf dich gewartet. Ich stand da oben und hab geguckt, bis du kommst. Dann hast du gesagt, geh schon mal vor. Ja gut. Komm, soll ich auf dich warten? Komm, ich warte hier vorne auf dich. Hey Leute! Was geht? Kahn, ihr mit? Nina, hallo! Hallöchen, Nina, alles klar? Ja, alles gut. Sehr gut. Lust auf eine neue Runde Roblox? Ja, ich versuche schon irgendwie so ein bisschen zu verstehen, was das hier sein soll. Gestattete Autos. Das ist eine Fortnite-Obi! Wir versuchen aus Fortnite zu entkommen. Dort da hinten, siehst du auch das riesige Fortnite-Lava, was ganz ganz bekannt ist. Mir sagt das gar nichts, ich kenne mich mit Fortnite überhaupt nicht aus. Tja, musst du ja auch nicht. Also wir werden hier natürlich auf dem Kanal kein Fortnite zocken, aber eine Fortnite-Obi zumindest. Und wir versuchen hier mal wieder zu entkommen. Also ist das aus Fortnite entkommen zwei eigentlich. Nina geht schon vor, ist ja klar. Wir sind hier bei Junk Junction. Sommer. Hier gibt es High Speed, wenn man die Linie berührt. Ok, Paschadeline, das ist wirklich Kino. Ok, und der gibt uns hier ein paar Tipps. Wir sehen hier einige Sachen, die wir aus Fortnite kennen. Mal gucken, ob das auch noch so weiter sein wird. Leute, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne kostenlos machen und auch die Glocke aktivieren. Und ihr könnt uns auch gerne auf Insta folgen. Bei mir einmal ka starving xy. Und bei Nina ist es. Nina bathtub? Na klar. Ja. Also, man muss sich auch nicht zwingend mit Fortnite auskennen. Ich finde, es ist einfach nur cool hier, mal wieder. Eine Fortnite und ein riesiges Lama hier in der Mitte. Es sieht auch von den Texturen her ganz ordentlich aus. Ich habe ja schon alleine eine Fortnite-Obi gezockt. Und das ist jetzt die zweite mit der Nina zusammen. Und die wartet auch gar nicht auf mich. Die will auch gar nicht warten, habe ich das Gefühl. Oh Gott, ich bin fast hier in den Abgrund reingestürzt. Wie weit bist du schon? Ich glaube, wir müssen jetzt springen. Wo bist du denn? Ich bin doch da bei diesem Speedrun. So, ich warte auf dich. Achso, ich muss gar nicht durchlaufen, fällt mir auf. Nee, du kannst weiter, ich hole dich noch auf, keine Sorge. Ja, ja. Wir sind bei Haunted Hills, sagt mir auch was. Okay, dann geht es hier weiter, well done. Ich springe einfach mega weit gerade. Nein! Nein! Bist du auch auf den Häusern gerade? Ja, ich bin in so eine Lücke gefallen. Das könnte Tilted Towers sein. Muss es aber nicht. Der Checkpoint funktioniert auf jeden Fall immer wieder. Hä? Ich bin noch hoch. Okay, ich dachte gerade, ich sei jetzt langsam. Nein! Im Sand werde ich wieder langsamer. Ich bin total unkontrolliert einfach in den Abgrund gelaufen. Ich feiere das Labo auf jeden Fall. Es sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Es macht, was es will. Es ist total mit durchgegangen. Okay, wir sind hier an der Treppe jetzt gleich. Die verschwindet, Nina. Das könnte hier Fatal Fiat sein vielleicht. Na, weiß. So. I did it. So, dann muss man hier auf eine Kugel noch hin und her. Schon wieder! Ich hätte gar nicht auf keinen warten müssen. Es war irgendwie klar, dass du mich einhörst. Als ob du auf mich gewartet hast. Ich habe auf dich gewartet. Ich stand da oben und habe geguckt, bis du kommst. Dann hast du gesagt, geh schon mal vor. Das habe ich auch geschafft. Das könnt ihr bezeugen. Ich habe es selber gesehen. Ja gut. Komm, soll ich auf dich warten? Komm, ich warte hier vorne auf dich. Ich bin hinter dem Lama jetzt so halb. Bist du immer noch dabei? So, jetzt nochmal springen. Gut. Nochmal leicht. Nochmal. Oh Gott. So, endlich. Und jetzt auf den Treibsand, dann wirst du langsamer wieder. Normal-Tempo. Okay. So, und jetzt achte darauf, die Treppe verschwindet immer, Nina. Also musst du da auf jeden Fall vorsichtig sein. Und eins durch. Das Mikro war nicht so. So, das ist relativ easy. Diese Bälle. Spielen die auch irgendeine Rolle in Fortnite? Nee, ich glaube, das hat nur damit zu tun, wobei, nee, eigentlich gar keine Rolle. So. Wo musst du rüber? Weiß ich nicht. Ich würde über den dunklen, ich würde mal Marmorstein dazu sagen. Granit. Granit, richtig. Und dann nochmal? Jetzt, nee, durch die Mitte. Okay, danke für den Tipp. Bitteschön. Ich dachte eigentlich, das wäre falsch, aber schade. Du wolltest mich nur stärken sehen. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay. One of the stairs nearly at shifty shafts. Okay, sagt mir auch was. Wir sind in der Nähe. Den nächsten Location bei Fortnite. Okay, soll das hier shifty... Ah, das ist hier... Ah, oh Gott. Labyrinth. Hast du es geschafft, Nina? Ich bin ja gerade mit den Armen dran. Endlich. Jetzt einfach durchgehen? Was? Well, that was easy. There's an invisible path, find out or you will die. Okay, hier ist irgendwas. Unsichtbar, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, jetzt sind wir genau hinter dem Lama. Wie, was muss ich hier? Einfach geradeaus durch. Geradeaus durch, Nina. Oh, ich sehe nichts. Du feuerst mich auch noch an. Geht das nicht? Okay, hier sind jetzt diese Jump Pads. Einfach drauf, ganz normal. Die sehen aus wie so ein E-Schlagzeug. Oder wie eine Herdplatte. Ja. Okay, jetzt sind wir bei den Schatzruhen gelandet. Oh, oh. Springen. Nö, springen du. Willst du nicht verklapsen? Ich bin fast runtergefallen wegen dir. Nein. Glatt über die Minis. Ich glaube, das ist das Mini-Schild ist das, ja. Ach, geschafft. Hast du es geschafft schon? Ja. Ich hätte das nicht manipulieren dürfen. Oh nein, jetzt bin ich da direkt in die Lücke gesprungen. No. Okay, und dann hier über die Scar. Nein. Nina darf das nicht hier gewinnen. Ich muss als erstes aus Fortnite entkommen. Wenn man zu lange Leertaste drückt, dann nur eine Millisekunde zu lange fällt man da zwischen. Ja, das ist ja auch die Herausforderung hier. Ach, ja. In diesem Escape-Game. Escape Fortnite. Okay, wir sind bei Tomato Town. Okay, jetzt kommen die Tomaten. Tomaten? Ja, das wirst du gleich sehen. Das sind Erdbeeren. Nee. Okay, was macht die Tomaten? Spielen Tomaten eine Rolle bei Fortnite? Ja, Tomato Town. Was ist das? Ist das eine Stadt? Ja, es ist so eine kleine Stadt und auch Skins und sowas. Hey, I'm Raptor now, I want you to do the world of this stuff. Oh, wir müssen jetzt aufpassen. Hier wird irgendwas abgeschossen. Was, wie? Wir werden abgeschossen? Ja, die Treppen zumindest. Achso, wir sind hier vorne am abstocheln. Ah ja, 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 die verschwinden, die Treppen, deswegen. Okay, jetzt? Als nächstes. Ich bin schütten, der ist nicht. Okay, wir müssen hier runterspringen. Ganz normal. Oh, hier ist der nächste Skin. Zwar kein Original, aber... Ach, Leviathan. And I'm gonna help you. Okay, das ist so ein Aquarium-Kopf-Skin irgendwie. So ein Alien. Und wir müssen hier auf diesen... Oh, toll. Jetzt höre ich voll auf, dass mir sowas in Sicht fällt, ist. Wie so ein Brett vor dem Kopf. Okay, hier ist der riesige pinker Hase. Den kennen wir auch nicht. Oh, wir werden von dem gefressen. Was? Ja, dann springen wir in den Halt. Ich darf immer zu spoilern. Ich habe immer Angst und weiß nicht, was mir droht. Okay, entschuldige. Da ist recht. Entschuldige! Was ist das hier? Sushi? Nee. Oh, hier ist dann eine taktische. Bacon. Bacon könnte es auch gewesen sein. Jetzt hier in die Katze. Was ist das eine Maus? Okay. Keine Ahnung. Das ist ein Teddybär. Das ist einfach ein Teddybär. Ein Teddybär? Welchen Skin nehme ich denn hier? Ich nehme den hier. Nein, falsch! Äh, was ist denn irgendwelchen Schweineräuser? Wie ist das? Hat mir ein Teddybär. hier einfach durch oder wir sind aus vorhanden kommen nieder das war einfach einfach gesagt sie war einfach ein paar mal bin ich auch gestorben aber so auch was passiert denn hier wenn ich glaube wir sind hier in so ein lagerhäusern oder so kann man irgendwas dass die depot ist das aber hier gibt es irgendwie nichts dass du zwar macht da hinten sind garagen das ist schon gesehen da war ich dann ich muss erst mal hier die gegend vor dem tor inspizieren wenn ich hier so ein skin nehmen kann man auch in die häuser hier reingehen da ist ein emoji das ist ein ball können fußball spielen hier sind weitere nicht glaube ich ja ich werde jetzt im wagen steigen man kann ihren wagen steigen der man kann auch motorrad fahren ne lambo ich nehme lambo die roten ich nehme jetzt das motorrad mal was anderes jetzt fahren damit ich kann damit fahren nina das ist ja cool ich kann auch motorrad fahren aber ich kann nicht zur obi fahren wo bist du denn wenn die leute reingefahren rückwärtsgang also normalerweise so langsam ist ein rambo nicht naja leute es geht fortnight also es war eine fortnight obi wir sind mal wieder entkommen haben es geschafft der wagen fährt einfach so weiter das nervige game girl ist auch hier unterwegs mir ist trotzdem gefallen es war was anderes wieder das war die zweite episode von fortnight entkommen und wenn es euch gefallen hat gerne dann nach oben wenn es sich gefällt dann nach unten nina ist da irgendwo in der garage der wagen startet wieder ärger und dann sehen wir uns beim nächsten mal genau bis dann tschüss tschüss